Die Idee, dass etwas aus dem Nichts entstanden ist. Die Idee eines Urknalls, dass Zeit, Raum und Materie alles aus einer zufälligen Explosion des Nichts entstanden sind und dass alles in einem einzigen Moment und ohne besonderen Grund geschaffen wurde. Explosionen werden in der Regel als sehr zerstörerisch definiert, aber in dieser wissenschaftlichen Theorie der Welt hat sie irgendwie Bewusstsein und all das intelligente Leben hervorgebracht, das wir heute erleben. Ich möchte, dass du dir eine Frage stellst. Was war zuerst da? Die Materie oder das Bewusstsein? Oder lass es mich so sagen, ist das Bewusstsein ein Produkt der Materie? Oder ist die Materie ein Produkt des Bewusstseins? Ist das Bewusstsein physisch? Ich frage das so, weil wir direkt zum Punkt kommen müssen. Der Okkultismus, das, was wir als antike Philosophien kennen oder andere spirituelle New Age Philosophien, widersprechen völlig unserer modernen Sichtweise der Welt, in der wir leben. Ja, diese Ideologien machen absolut keinen Sinn in unserem derzeitigen Weltbild des Globus und des Weltraums. Dieses Video wird die Irrsinnigkeit des Globus-Modells aufschlüsseln, aber mit anderen Methoden. Dies ist kein physikalischer Ansatz. Ich werde nicht versuchen, es dir durch das, was wir in der heutigen Zeit Beweis nennen, zu beweisen. Eric Dubé hat großartige Videos, die das Problem mit dem physikalischen Aspekt des Globus-Modells zeigen, aber stattdessen wird dieses Video einen spirituellen Ansatz verfolgen. Viele Menschen verstehen bereits viele dieser New Age Konzepte, haben aber dennoch irgendwie diese alten Konzepte mit der modernen Kosmologie des Globus vermischt. Und genau darin liegt der Widerspruch. Es ist eine Agenda im Spiel. Eine wissenschaftlich geführte Utopie, die durch die Politik korrumpiert ist, welche Gott und spirituelle Realitäten vollständig entfernt. Aber das Wichtigste ist, jene Möglichkeit für okkulte Studenten, sich in dieser heutigen Gesellschaft zu entwickeln, zu entfernen. In dieser materialistischen, wissenschaftlich geführten Gesellschaft wird uns gelehrt, dass wir uns von Affen entwickelt haben. Dass irgendwie nach diesem Urknall Einzelle auftauchen. Dann Gase und kleine Eispartikel sich zu Planeten formen, die dann miteinander kollidieren und unsere Monde und Sonnensysteme bilden. In den Augen der Wissenschaft ist das alles nur Zufall. Und ich weiß, dass viele spezifische alternative Erklärungen für das Universum haben, wie die Stringtheorie oder dass es jenseits unseres Verständnisses liegt. Der Einfachheit halber kann man es jedoch in zwei Hauptkonzepte aufteilen. Es gibt zwei Hauptkosmologien, denen die Menschen, die wir kennen, anhängen. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was ich mit Kosmologie meine. Es bedeutet einfach das Universum, in dem man lebt. Ein Reich oder eine Welt mit einer Reihe von Gesetzen. Es gibt eine Kosmologie des Etwas und eine Kosmologie des Nichts. Wenn die Materie zuerst durch den Urknall des Nichts entstanden ist, dann ist das Bewusstsein ein Produkt der Materie. Das bedeutet, dass das Bewusstsein physisch ist. Etwas kam aus dem Nichts. Es ist sehr wichtig zu beachten, denn wir werden in Kürze über die Widersprüche der modernen New Age Bewegungen sprechen, die immer noch einer materialistischen Kosmologie angehören. Der Materialismus hat viele Formen und ernährt sich wie ein Virus im Hintergrund von vielen modernen Praktiken der Spiritualität. Denn diese Überzeugungen hinsichtlich der Kosmologie befinden sich auf einigen der tiefsten und fundamentalsten Ebenen unseres Bewusstseins. Kurz gesagt, unsere moderne Kosmologie lehrt unbewussten und bewussten Atheismus und Nehilismus. Dass alles, was existiert, ausschließlich physisch ist. Viele sehen die Welt immer noch durch diese eine bestimmte Perspektive und weigern sich, andere Denkweisen in Betracht zu ziehen. Einfach, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es so sein könnte. Und das liegt hauptsächlich an der Indoktrination, die sie durch das heutige moderne gesellschaftliche Dogma erhalten haben. Dies geschieht durch eine Vielzahl von Themen, wie die Erdkugel, falsche Geschichte, außerirdische und gegenkulturelle Unterwanderungen, wie die psychodelische Szene und die spirituellen Kreise des New Age. Wir haben Bildungspropaganda und dann haben wir gesellschaftliche oder kulturelle Propaganda. Wir sehen das zum Beispiel an dem Spott über die flache Erde, als ob die Schafe sich selbst hüten würden. Bevor wir noch weiter gehen, möchte ich den Leuten, die diese Informationen vielleicht nicht hören wollen, sagen, dass wir keine Anhänger der flachen Erde sind. Nur, weil ich die Gültigkeit des Globusmodells und der NASA anzweifle, heißt das nicht, dass ich mich der physikalischen Kosmologie der flachen Erde anschließe. Viele Flacherdler verstehen diese Konzepte, aber es wird normalerweise von der Masse missverstanden, weil der aristotelische, kritische, skeptische Verstand in fast allen Fällen keine Ausbildung im Okkulten hat. Diese Menschen verspotten die flache Erde und preisen ihre politischen und wissenschaftlichen Daten, die in den Bildungssystemen finanziert und gefördert wurden, als ihre Wissensquelle. Viele werden sich bewusst, dass die Nachrichten in der heutigen Zeit größtenteils Fake News sind, weigern sich aber immer noch zu akzeptieren, dass die Nachrichten in der Vergangenheit genauso irreführend waren. Es handelt sich nicht um ein neues Phänomen. Es wird einfach nur mit der modernen Technologie einfacher. Wir sind darauf trainiert, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Ich glaube, der ehrliche Grund, warum die Menschen den Globus nicht loslassen wollen, liegt darin, dass sie mit Science Fiction aufgewachsen sind oder Elon Musk folgen und tatsächlich glauben, dass er ein Auto ins All befördert hat. Wie auch immer, es gibt viele Dinge, die man über die NASA und ihre Vergangenheit sagen könnte. Und außerdem existiert das heliozentrische Modell erst seit 400 Jahren und konnte erst in den 1950er Jahren in Anführungsstrichen bewiesen werden. Also wenn man die ganze Weltraumgeschichte glaubt. Denk daran, dass es heute allgemein bekannt ist, dass es Fake News gibt. Aber wenn jemand behauptet, dass die Mondlandung ein Schwindel gewesen sein könnte, dann geht das für manche Leute plötzlich viel zu weit. Du glaubst nicht, dass die NASA und die Raumfahrt politisch waren? Nun, das war es aber. So wie Rassenbeziehungen und Klimawandel in der heutigen Zeit zu eigenen Wirtschaftszweigen geworden sind. Die NASA war einer dieser betrügerischen Industrien. Die Organisation nimmt Milliarden von Steuergeldern ein und wird gleichzeitig zu einem Vehikel für die Förderung dieser neuen Spiritualität des Menschen. Es gibt diese großartige Idee, dass wir die Erde verlassen und andere Planeten, Asteroiden oder Monde besiedeln können. Wir wachsen in der Überzeugung auf, dass auf der Oberfläche des Mondes eine amerikanische Flagge zu sehen ist. Im Grunde ist das alles neu. Außerirdische, fliegende Felsen im Weltraum oder das, was wir Planeten nennen. Nichts davon wurde bis vor kurzem in unserer modernen Zeitlinie geglaubt. Ich weiß, was du denkst. Ja, sie wussten von Planeten in der Vergangenheit. Aber sie waren nicht irdisch. Die Planeten waren immer mit astrologischen Qualitäten verbunden. Sie waren spirituelle Kräfte am Himmel. Diese inneren Kräfte hatten nicht nur Einfluss auf weltliche Angelegenheiten, sondern auch auf unsere individuellen Persönlichkeiten. Das wurde tausende von Jahren geglaubt. Aber nichts davon macht Sinn, wenn wir keinen Zweck haben und wir Affen sind, die mit tausenden von Meilen pro Sekunde um die Sonne fliegen, in einer Galaxie, die sich mit 1,3 Millionen Meilen pro Stunde bewegt. Wann, wie oder warum sollten die Sterne eine Bedeutung haben? Sie sind doch nur Kugeln aus Gas. Wie könnten sie in die Persönlichkeit oder in den Geist des Menschen integriert sein? Eine häufig gestellte Frage lautet. Okay, du bist kein Anhänger der flachen Erde. Aber du glaubst auch nicht an die Erdkugel? Was gibt es da noch? Die Kosmologie der Antike. In den Bildungssystemen werden die wahren, okkulten Sichtweisen der Vergangenheit nicht beigebracht. Der moderne Mensch wird als Affe betrachtet, als ein evolutionärer und chemischer Prozess, der ohne jeglichen Grund entstanden ist. In den alten Kosmologien wurde der Geist des Menschen als ein Abbild Gottes, als das Zentrum des gesamten Universums angesehen. Die Sterne und Planeten, die in der Vergangenheit auch als wandernde Sterne bekannt waren, drehten sich um den Geist des Menschen und beeinflussten das Weltgeschehen und die Eigenschaften der Persönlichkeit. Unser modernes Bildungssystem lehrt eine heliozentrische Kosmologie in einem Universum, das zufällig durch einen Urknall entstanden ist. Und diese Explosion hat Materie irgendwie aus dem Nichts erschaffen. Und dann im Laufe der Zeit beginnen sich Planeten zu bilden. Wasser erscheint aus dem Nichts. Und dann bildet sich intelligentes Leben durch die Evolution, um schließlich auf höchst mysteriöse Weise den Geist des Menschen zu bilden. Die Mysterienschulen der Vergangenheit haben ein uraltes Wissen bewahrt. Und diese Informationen sind durch die Hermetik, die Alchemie, die Renaissance, die Rosenkreuzer und bis hin zur modernen New Age Bewegung gedrungen. Vieles davon basiert tatsächlich auf der Wahrheit. Es wird nur durch die Vermischung mit dem modernen, materialistischen, heliozentrischen Modell des Universums verzerrt. Die beiden sind völlig getrennte Dinge. Es gibt die Kosmologie des Materialismus, die eigentlich nur ein Versuch der Skeptiker ist, metaphysische Realitäten zu widerlegen. Dann die andere Kosmologie, die die Kosmologie der Antike ist. Eine Hierarchie spiritueller Ebenen. Wir können nun in jedes dieser Themen eintauchen, um sie weiter zu erforschen. Aber die Hierarchie der spirituellen Ebenen ist sehr wichtig zu verstehen, um wirklich in der Lage zu sein, eine alternative Kosmologie zu erforschen, die über den Weltraum, den Urknall und die Planeten hinausgeht. Ich versuche nicht, diejenigen anzusprechen, die sich leicht zu diesem Material hingezogen fühlen, sondern eher den Geist, der sich vielleicht dagegen sträubt. Ich weiß, dass dies alles ziemlich spektakulär klingen mag. Aber wusstest du, dass viele der erfolgreichsten Köpfe der Geschichte dieser alten Kosmologie angehört haben? Ja, sogar die Gründerväter Amerikas und einige der erfolgreichsten Prominenten der Welt gehören dieser Ideologie an, und zwar der, dass der Geist eine Art Überlegenheit oder Einfluss über die Materie hat. Sie glaubten, dass der Wille alleine die Macht hat, Veränderungen im materiellen Bereich herbeizuführen. Nun zurück zu dem, was ich über die zwei verschiedenen Kosmologien gesagt habe. Die erste Kosmologie, die der Antike, ist die des Etwas. Das ist so, weil alles aus einer Quelle oder einem Etwas kam und es immer etwas geben wird. Ewiges Leben, Wiedergeburt. Diese Kosmologie ist eine Hierarchie von spirituellen Ebenen. Im Okkulten kennen wir diese Ebenen als die physische, ätherische, astrale und mentale Ebene des Bewusstseins. Die zweite Kosmologie, die Kosmologie der heutigen Zeit, ist die des Nichts. Alles ist aus dem Nichts entstanden, und alles, was es geben wird, ist das Nichts. Weil nichts von Bedeutung ist. Die Kosmologie der heutigen Zeit ist der Nihilismus. Und ja, ich werde erklären, wie man alleine durch das Glauben an den Globus in die Falle des Nihilismus tappt. Was nicht bedeutet, dass man im Herzen ein Nihilist ist. Es bedeutet nur, dass man geistig von nihilistischen Philosophien kontrolliert wird. Für diejenigen, die nicht wissen, was Nihilismus ist. Es ist eine Ideologie, die aus der modernen Kosmologie des Urknalls resultiert. Die zu dem Schluss kommt, dass das Leben keinen Sinn hat und daher nichts von Bedeutung ist. Und das zu Recht, denn sie verstehen die Implikation ihrer eigenen Kosmologie. Sogar moderne spirituelle Philosophien wurden von dieser tödlichen Ideologie erobert, wie zum Beispiel der Taoismus. Ich glaube ehrlich gesagt, dass in der Vergangenheit dieses Konzept des Chaos eher als Licht interpretiert wurde, nicht als nichts. Es ist reiner Äther. Aber diese Menschen in modernen, okkulten Kreisen haben ihre spirituellen Wurzeln verloren, weil sie sich modernen Kosmologien wie der Raumfahrt und dem Globusmodell verschrieben haben. Und so krassiert der Nihilismus in unserer Kultur. Beginnen wir mit der Kosmologie des Nichts. Wir werden die Geschichte aufschlüsseln, wie diese Kosmologie entstanden ist, damit du sehen kannst, wie dieser Virus des Nihilismus die menschliche Rasse infiziert hat. Es ist eine fremdbestimmte Ideologie und ein Parasit für den Geist. Ich denke, ein weiterer Aspekt, den man verstehen muss, ist der historische Betrug und das Ausmaß an Umschreibung, das in den Geschichtsbüchern vorgenommen wurde. Es ist nicht nur so, dass unsere gesamte Zeitlinie durcheinander ist. Wir haben viele Videos dazu und das gehört eher zum Tartaria-Aspekt unseres Kanals. Aber um die Geschichte des Nihilismus und des Globus zu verstehen, muss man etwas über alternative Geschichte verstehen. Schau dir unsere Serie Tartaria erklärt an und du wirst erfahren, wie eine bestimmte Gruppe von Menschen unsere Geschichte und Spiritualität übernommen hat. Es beginnt alles mit Aristoteles. Wir alle lernen in den Schulen, dass er die Grundlagen unserer modernen Denkweise, des skeptischen Verstandes, der Philosophie des Materialismus gelehrt hat. Wenn man etwas nicht sehen und nicht beweisen kann, dann existiert es nicht. Platon ist ein guter Vertreter der antiken Denkweise, dass alle Materie nur eine Manifestation geistiger Kräfte ist. Sowohl Platon als auch Pythagoras waren von den Priestern der alten Mysterienschulen in die okkulten Geheimnisse eingeweiht. Aristoteles war eine politische Figur, die das alte Paradigma über Bord warf, um die uralte Abstammung des Menschen zu verbergen. Wir werden sehen, wie die Philosophie von Aristoteles von den Eliten vergöttert wurde, die uns unsere heutige Kosmologie beschert haben. Diese Philosophie wurde von den isoitischen Phöniziern übernommen, die dann zu Venizianern wurden, die unsere moderne, wissenschaftlich geführte Gesellschaft schufen. Das mag eine Menge sein und viele sind vielleicht verwirrt über die Zeitlinie. Ich verstehe, dass das Bizarre klingen mag, denn es wurde viel Mühe investiert, um die Zeitlinie zu verdrehen. Zum Beispiel denkst du vielleicht, dass Aristoteles vor 2000 Jahren gelebt hat. Diese Weltanschauung aber, die ich mit dir zu teilen versuche, basiert auf einer völlig anderen Zeitlinie. Und wie ich schon sagte, musst du dich mit anderen Inhalten befassen, um zu verstehen, was ich andeute. Beschäftige dich mit dem Tartarier-Phänomen oder Fomenkos Arbeit über Chronologie. Aber ja, es ist wahrscheinlich, dass Aristoteles auch nur eine vom Priester geschaffene Figur ist. So oder so, in seiner Politik ist Aristoteles am deutlichsten. Seine Theorie vom Zweck der Politik ist die Aufrechterhaltung der Ungerechtigkeit. Die Grundlage für Aristoteles' Politik ist die Aufrechterhaltung der Meister-Sklaven-Beziehung, weil sie, wie er behauptet, natürlich sei. Zitat Dass einer befiehlt und ein anderer gehorcht, ist sowohl notwendig als auch zweckmäßig. In der Tat sind einige Dinge von Geburt an so eingeteilt. Einige, um zu herrschen, andere, um beherrscht zu werden. Es ist also klar, dass einige von Natur aus frei sind, andere sind Sklaven. Und dass es für diese sowohl gerecht als auch zweckmäßig ist, dass sie als Sklaven dienen. Es stimmt, dass auch Platon ein Argument für Sklaverei vorbringt. Aber im Gegensatz zu Aristoteles stützt Platon seinen Staat auf die Idee der Gerechtigkeit. Der Grund, warum Aristoteles in Venedig so einflussreich war, ist, dass Venedig eine Sklavengesellschaft war, die auf dem Prinzip des Oligarchismus beruhte. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, was das mit Venedig zu tun hat. Unser modernes heliozentrisches Modell und das Globus-Modell stammen von diesen wissenschaftlichen politischen Köpfen in Venedig, die glaubten, es sei ihr natürliches Recht, über diejenigen zu herrschen, die als Sklaven geboren wurden. Genauso ist es. Die Globus-Theorie ist nur ein politisches, geistiges Programm, das von der Universität von Padua in Venedig geschaffen wurde. Kopernikus wurde von Venedig und den politischen Agenten seiner Zeit finanziert und ging nach Padua. Galilei wurde von Venedig und Padua finanziert. Auch Kepler arbeitete mit der Universität von Padua. Diese Gruppe von Atheisten, die zu diesem Zeitpunkt die ganze Welt beherrschte, die die Ideologie des Aristoteles priesen, haben nicht nur unsere moderne Bildung und Geschichte unterwandert, sondern auch unsere spirituellen Philosophien. Das Ziel ist es, die Macht des Bewusstseins zu kontrollieren, um zu versklaven, weil es die natürliche Ordnung der Dinge ist und sie die Macht haben, dies zu tun. Das ist ihre Philosophie. Es gäbe noch mehr über die Geschichte zu sagen, aber lasst uns dies mit den modernen nihilistischen Philosophien verbinden. Versuch dir vorzustellen, dass all diese Kategorien ein Kind dieser Kosmologie des Nichts sind. Wir haben Aliens, Evolution, Freimaurerei, Globus-Modell, hohle Erde, okkulte nihilistische Philosophien in der Moderne und das Weltraum-Sci-Fi-Genre. Ich weiß, dass Aliens ein sehr heikles Thema sein können, aber ich beginne immer auf die gleiche Weise. Es gibt nur zwei Kosmologien, die des Nichts, Materialismus, oder die des Etwas, die des Geistes. Das heutige Verständnis von Außerirdischen gehört zur Kosmologie des Materialismus. Bevor ich das jetzt erkläre, ich weiß, dass es viele persönliche Erfahrungen gibt und wir haben sogar angebliche Whistleblower mit all diesen geheimen militärischen Informationen, die jetzt aufgedeckt werden. Aber ich denke, dass es nun noch offensichtlicher geworden ist, dass dies eine Art von Propaganda ist, wenn man sieht, wie Fox News, NASA, Forbes und der History Channel alle diese Ideen fördern, dass Aliens real sind. Das ist einfach nur gegen Kulturpropaganda. Die CIA hat das mit jeder Kulturgruppe gemacht. Und das ist ein tiefes Thema für sich, aber die Idee ist, die Menschen zu sammeln, die Interesse an einem bestimmten Thema finden und dieses kollektiv durch diese Untergrundglaubenssysteme zu untergraben. Es gibt die Mainstream-Wissenschaft und Bildung. Dann gibt es alternative Forschung und das spirituelle Kollektiv der Menschen, die sich mit ESP, dem Paranormalen und Außerirdischen beschäftigen, die alle in einer Kategorie zusammengefasst sind. Diese alternativen Informationen, wie Außerirdische und der Einfluss des Bewusstseins auf die Materie oder mit anderen Worten Magie, wurde von dieser Gruppe von Leuten gekapert, die eine wissenschaftlich geführte Gesellschaft schaffen wollen, in der alles, was existiert, das ist, was physisch ist. Außerirdische oder zumindest die Art und Weise, wie sie von den modernen Medien dargestellt werden, sind entweder 1. Andere Menschen oder andere fortgeschrittene Lebensformen von dieser Erde oder von unter der Erde 2. Geistige Wesen oder höherdimensionale Wesen 3. Militärtechnologie 4. Von der NASA erfundene Lügen Zu Nummer 1. Viele folgen der Theorie der hohlen Erde. Und das ist in der Regel etwas, das sie davon abhält, andere Kosmologien zu verfolgen, die dem Globus-Modell völlig widersprechen. In der Kosmologie der Alten kann es trotzdem unterirdische Reiche oder Ebenen unterhalb dieses Reiches geben. In der Vedischen Kosmologie gibt es mehrere Ebenen in diesem Universum und es gibt Realitäten unterhalb der Erdebene. Und Wesen können von unten in dieses Reich kommen. Es gibt eine berühmte Zeitschrift aus den 1900er Jahren namens Amazing Stories und ein Schriftsteller namens Richard Shaver schrieb dem Herausgeber Ray Palmer ein 10.000 Wörter umfassendes Dokument mit dem Titel Es schrieb von fortgeschrittenen prähistorischen Rassen, die Höhlenstädte im Inneren der Erde gebaut hatten, bevor sie die Erde wegen der schädlichen Strahlung der Sonne für einen anderen Planeten verließen. Dies ist ein perfektes Beispiel für die Vermischung von Wahrheit und Propaganda. Diese Informationen wurden mit dem Globus-Modell und dem Konzept durch den Weltraum zu fliegen und verschiedene Planeten zu besuchen vermischt. Das ist reine Fantasie, die um 1900 entstand. Es begann mit H.G. Wells und Jules Verne. Das war die Propaganda vor dem Fernsehen. Und so hat ein Zeitalter des Planeten Nibiru, der Anunnaki, Sekaraya Sitchin, Erik von Däniken, des History Channels mit antiken Aliens und nachgestellten Entführungsgeschichten von Außerirdischen die Öffentlichkeit dazu gebracht, fest daran zu glauben, dass Außerirdische auf die eine oder andere Weise existieren. Normalerweise sind es die extrem religiösen Menschen, die sich gegen diese Informationen wehren, weil sie wissen, dass sie ihrer Kosmologie widersprechen. Das tut sie auch, denn sie gehört zur Kosmologie des Nichts, der Kosmologie des Materialismus. In Ancient Aliens heißt es, dass diese Wesen unsere Götter sein könnten. Und so musste sich die Wissenschaft auf subtile Weise der Möglichkeit von Außerirdischen zuwenden, die von Science Fiction Autoren geschaffen wurde. Schlicht um die Natur des Bewusstseins zu erklären. Wir werden dazu gebracht zu glauben, dass diese Wesen uns erschaffen haben und uns ihnen ähnlich gemacht haben. Dass sie Götter sind. Aber auch das ergibt keinen Sinn. Wer hat sie erschaffen? Oh, sie hatten einen anderen außerirdischen Schöpfer? Wer hat ihn erschaffen? Und so weiter. Schließlich müssten sie von irgendwo herkommen. Aber das ist nun mal was sie tun. Sie spielen die Marvel-Karte aus und mischen okkulte und moderne Science Fiction Konzepte zusammen. Boom, schon ist es erklärt. Aber warte mal, ist es erklärt? Ich glaube, sie widersprechen sich völlig. Die Außerirdischen Götter gehören zur Urknallkosmologie. Ob sie es erwähnen oder nicht. Und natürlich kann man an die Stringtheorie glauben oder versuchen, okkulte Konzepte einzubinden, um zu erklären, wie diese Außerirdischen Götter erschaffen wurden. Aber das erklärt gar nichts. Ich sage es noch einmal. Es ist entweder die Kosmologie des Nichts oder des Etwas. Was anderes kann es nicht sein. Wenn es Etwas ist, dann war es schon immer da und wird immer sein. Das Licht, Äther, die Quelle, Gott. Wenn es Nichts ist, dann ist irgendetwas aus dem Nichts entstanden. Die einzigen Erklärungen sind die Stringtheorie und der Urknall. Und die ergeben keinen Sinn. Sie sind auch nicht praktikabel. Das ist der springende Punkt. Denn ich spiele dieses Spiel nicht mit den Skeptikern. Nun, ok, nur weil es keine aktuelle Erklärung gibt, bedeutet das nicht, dass es nicht irgendwie fremde Variablen gibt. Irgendeine unbekannte dritte Kosmologie, die wir nicht erfahren können, weil sie außerhalb unseres Verständnisses liegt. Nein, das ist einfach nicht praktikabel und du bist nur ein Nihilist, der versucht einen Ausweg zu finden. Das Okkulte hat eine praktische Seite. Es hat Auswirkungen auf die reale Welt und Fähigkeiten und Begabungen, die man daraus entwickeln kann. Aus der modernen Kosmologie lässt sich nichts anderes entwickeln als Nihilismus und Pseudoskeptizismus. Es ist einfach eine Flucht, zu sagen, dass es für mich in Ordnung ist, nichts zu wissen, was bedeutet, Agnostiker zu sein. Ich kann verstehen, dass viele nicht wissen, dass sie ein Nihilist sind. Das liegt daran, dass es der Mittelweg zwischen einem bewussten Okkultisten, einem Agnostiker und einem bewussten Nihilisten-Atheisten ist. Und ich muss klarstellen, dass ich gerade kategorisiere. Mit Okkultist meine ich nur diejenigen, die der Kosmologie von etwas angehören. Oder einer Hierarchie von spirituellen Ebenen. Diejenigen, die glauben, dass der Geist über der Materie steht. Die Religiösen, die Gnostiker. Diejenigen, die die alten Mysterien praktizieren, wie Hermetik oder Alchemie. Und ich verstehe, dass einige Christen verärgert sein könnten, wenn ich sie als Okkultist kategorisiere. Aber es bedeutet lediglich, was verborgen ist. Diese Dinge sind okkult. Sie erfordern einen Geist, der in spirituelle Konzepte und Wirklichkeiten blicken kann, um eine engere Beziehung zu Gott und sich selbst zu erlangen. Der Agnostiker oder derjenige, der bereit ist zuzugeben, dass er nicht weiß, ist ein unbewusster Atheist, der manchmal Interesse an einigen dieser spirituellen Themen findet und in seinem Herzen besser zu einer dieser spirituellen Perspektiven der Welt passen könnte. Aber aufgrund sozialer und erzieherischer Konditionierung von anderen Interessengebieten überzeugt wurde, die seine Welt sich geprägt haben, wie zum Beispiel Außerirdische, hohle Erde und Raumfahrt. Der Atheist oder Nehilist ist jemand, der die Macht des Wissens vergöttert, die sich aus der modernen Wissenschaft ergibt. Sie bilden sich ihre eigene Fantasie darüber, wie diese Welt durch unbewiesene Theorien wie den Urknall und die Evolution entstanden ist. Wir haben kein Problem mit der Wissenschaft, aber die Bildung wurde von hunderten von Jahren politisch. Und seither sind auf der Grundlage dieses Betrugs Industrien wie die NASA entstanden. Warum lügt die NASA? Erstens gibt es wirtschaftliche Gründe, denn die NASA erhält Milliarden pro Jahr für die Erstellung von computergenerierten Bildern. Zweitens, die CIA rekrutierte Nazi-Wissenschaftler für das Projekt Paperclip. Und wir sprechen hier von hochrangigen Nazis wie Werner von Braun, der bei der Entwicklung der Raketen, die angeblich zum Mond flogen, eine wichtige Rolle spielte. Drittens, und dann haben wir diese Idee, dass sie nicht wirklich zum Mond geflogen sind. Ist es nicht verrückt, dass sie das Filmmaterial zu einem der historischsten Momente in der Geschichte der Menschheit verloren haben? Es ist auch ziemlich seltsam und offensichtlich, wie sich die Astronauten verhielten, als sie zurückkamen. Und überraschenderweise sind die meisten dieser Astronauten auch Freimaurer. Viertens, die NASA hat freimaurerische und okkulte Verbindungen. Ihre Symbolik ist ziemlich okkult und verweist immer auf okkulte alte Kräfte der Vergangenheit. Das Jet Propulsion Lab ist weltweit führend in der Weltraumforschung. Aber viele wissen nicht, dass Jack Parson, einer der Gründer, tief im Okkultismus verwurzelt war und sogar Magie praktizierte und sexuelle Beziehungen zu Alistair Crowley hatte. Es gibt Propagandafilme wie 2001 Space Odyssey, der von Stanley Kubrick geschaffen wurde, der mit der NASA und Disney, den damals führenden Unternehmen für visuelle Effekte, zusammenarbeitete, um ein bestimmtes Bild von den Möglichkeiten der Raumfahrt zu vermitteln. Dies ist sehr wichtig, da sie versuchten, die Zukunft der Raumfahrt zu vermarkten, was der Öffentlichkeit die Möglichkeit gab, sich diese Ideen als Realität vorzustellen. Es gibt viele Verschwörungen, die Kubrick mit den Dreharbeiten zu den Apollo 11 Mondlandungen in Verbindung bringt. Es wird auch behauptet, dass er in seinen Filmen Hinweise hinterlassen hat, wie zum Beispiel in Shining. Dies alles wurde getan, um die Religion eines außerirdischen Gottes zu gründen, der Raumfahrt, den Fokus davon abzulenken, dass wir das Zentrum des Universums sind. In der Kosmologie des Materialismus oder Atheismus geht es darum, eine wissenschaftlich geführte Gesellschaft zu schaffen, vielleicht sogar mit einem außerirdischen Gott. Aber das Ziel ist, den Gott im Menschen zu entfernen, das Universum mit physikalischen Mitteln zu erklären und den Menschen aus seinem Zentrum im Universum zu entfernen. Außerirdische, andere Erden oder Planeten, sie alle gehören zur Kosmologie des Nichts. Der Ursprung der modernen UFO-Geschichten scheint mit der Gründung der CIA zusammenzuhängen. Zitat Die ehemaligen US-Präsidenten Carter und Reagan behaupten, ein UFO gesehen zu haben. UFO-Forscher und private UFO-Organisationen gibt es überall in den Vereinigten Staaten. Viele sind davon überzeugt, dass die US-Regierung und insbesondere die CIA in eine massive Verschwörung und Vertuschung des Themas verwickelt sind. Die Vorstellung, dass die CIA ihre UFO-Forschung im Geheimen betreibt, ist seit dem Auftauchen des modernen UFO-Phänomens in den späten 1940er Jahren ein wichtiges Thema für UFO-Fans. Aber was wäre, wenn es tatsächlich umgekehrt war, dass sie dieses ganze Phänomen erschaffen haben, um fortgeschrittene Militärtechnologie zu verbergen oder um andere von uns unabhängige Zivilisationen zu verstecken, die über fortgeschrittene Technologie verfügen? Und so wurde diese moderne Sichtweise von Aliens durch die Unterhaltungsindustrie verbreitet. Es begann mit der Fantasy-Ära des späten 18. Jahrhunderts, zum Beispiel mit A.G. Wells oder Jules Verne. Viele dieser populären Autoren könnten als Deckmantel für eine versteckte Hand gedient haben, die den Nihilismus durch das Medium der Fantasy förderte. Dies führte schließlich zum Science-Fiction-Genre in den 1900er Jahren, das absichtlich geschaffen wurde, um die Gesellschaft auf eine neue Kosmologie vorzubereiten. Außerirdische verändern alles, denn jetzt gibt es eine Erklärung dafür, wie Bewusstsein oder Leben entstanden ist. Im Mainstream heißt es, dass es einen Urknall gab, aber in den alternativen Gemeinschaften werden Informationen wie die, dass Außerirdische unsere Götter sein könnten, verbreitet. Selbst das Konzept der Anunnaki wurde von Zichen entwickelt, der für die CIA Propaganda gemacht hat. Moderne Taoisten glauben, dass es ein Urchaos gibt, dieses Nichts, von dem etwas ausgeht. Aber sie interpretieren nur alte Glaubensvorstellungen für sich selbst aus ihrer eigenen aktuellen modernen Kosmologie heraus. Das ist komisch, denn im Taoismus geht es darum, sich selbst durch ein perfektes Leben zu navigieren, indem man Wahrsagepraktiken wie das I-Ging anwendet. Warum sollte oder wie sollte Wahrsagerei bei einer physikalisch-materialistischen Erklärung des Universums funktionieren? Warum sollte man überhaupt versuchen, den besten Weg für sich selbst zu finden? Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu tun. Die psychedelischen Gemeinschaften sind auch voll von Nihilismus und dieser Idee, dass alles bedeutungslos ist, dass wir nur Staub im Wind sind. Ich könnte noch weiter fortfahren, aber im Grunde ist der Nihilismus in unserer gesamten Kultur weit verbreitet. Aber er fließt auch in andere Ideologien ein, wie zum Beispiel in New Age-Konzepte, die spirituelle Kommunikation mit Außerirdischen, mit dem Science-Fiction-Genre von Planeten und Raumfahrt vermischen. Nun sollte ich auch erklären, dass es höhere Wesen und Intelligenzen gibt, mit denen man kommunizieren und die man durch seine eigenen geistigen Fähigkeiten erfahren kann. Aber viele dieser Geschichten über Pleiadia und ETs wurden durch die Vermischung zweier verschiedener Kosmologien vollkommen entstellt. Nun mögen einige sagen, was ist, wenn sie beide existieren? Es beruht nur auf dem Bewusstsein oder dem Glauben. Aber das stimmt nicht und ist nicht praktikabel. Man kann nicht einfach glauben, dass wir in einem Apfel leben. Die okkulten Fähigkeiten des Menschen widersprechen dem modernen Globus-Modell. Und warum? Die Weltkugel ist ein Gestein, aus dem sich nach Millionen von Jahren der Entstehung auf magische Weise Wasser gebildet hat. Es gibt Gesetze, und das geht zurück zu dem, was ich über das Okkulte gesagt habe. Das praktisch ist, da es Ergebnisse gibt, die folgen. Das ist der Beweis. Das ist die Art und Weise, wie man die Globus-Kosmologie entlarvt. Es sind die Fähigkeiten, die sich aus der okkulten Ausbildung ergeben, ob alchemistisch oder religiös, die der modernen Globus-Kosmologie völlig widersprechen. Wenn du physikalische Fragen hast, wie zum Beispiel, wie das auf einer flachen Ebene funktioniert oder warum die Planeten kugelförmig aussehen und so weiter, dann gibt es da viele Quellen, aber das ist nicht das, was ich hier tun will. Ich sagte am Anfang, dass ich Eric Dubey empfehle. Viele seiner Videos wurden auch auf Deutsch übersetzt. Er ist eine großartige Referenz für die Beantwortung all dieser Fragen, die du haben könntest, wenn es darum geht, das Globus-Modell von einem physikalischen Gesichtspunkt aus zu zerlegen. Aber ich möchte, dass dies aus dem Blickwinkel eines Okkultisten betrachtet wird. Denn dann wird deutlich, dass es tatsächlich andere Ebenen der Existenz gibt, die man mit der Seele und dem Geist betreten kann. Diese Ebenen, wie sie im Okkultismus genannt werden, wurden ursprünglich ohne eine Erklärung des Globus in Betracht gezogen, denn es gab eine viel ältere Doktrin, die seit tausenden, wenn nicht Millionen von Jahren existierte. Es gibt immer noch keine Erklärung dafür, wie die antiken Menschen so ein gründliches Verständnis der Sterne hatten. Dieses Wissen wurde nach der Flut weitergegeben und die Menschheit verlor den Kontakt zu ihrem goldenen Zeitalter. Es ist nicht einfach, das dem Verstand eines Skeptikers zu erklären. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die angesprochen werden müssen, bevor man überhaupt zu diesem Punkt kommt. Was zeigt, wie komplex unser Verstand geworden ist. Von Pythagoras wird gesagt, dass er seine Eingeweihten zwei bis drei Jahre lang schweigen ließ, bevor er seine Geheimnisse mit ihnen teilte, da dies notwendig war, um einen Verstand zu entwickeln, der in der Lage war, mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Damit kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt. Was ist diese andere Kosmologie und wie entlarvt sie das Globus-Modell? Denn Geist über Materie funktioniert nicht auf einer Weltkugel. Astralprojektion, Telepathie, Astrologie, Geistführer, Geister, ESP und Magie zeigen, dass der Geist die Fähigkeit hat, Realitäten durch nicht-physikalische Mittel zu beeinflussen. Das bedeutet, dass der Geist der Materie in gewisser Weise überlegen ist. Da der Geist auch nach dem Tod weiter existiert, wie viele alte Philosophen schrieben. Dass der Mensch nicht nur ein physikalischer Körper ist, sondern dass er eine duale Natur hat, die des Geistes und des Körpers. Und dass der Geist, der in alten Kreisen auch als Seele bezeichnet wurde, für eine kurze Zeit im Körper wohnt, bevor er weiterzieht und in einem anderen Vehikel wiedergeboren wird. Die Philosophie Aber die modernen Religionen wurden von der Kirche als Instrument zur Kontrolle der Bevölkerung eingesetzt. Viele der Dinge, für die die Menschen die Bibel belächeln und verspotten, sind nur Analogien für okkulte Geheimnisse wie die Astrotheologie. Alle Religionen sind aus dem Wissen der alten Mysterienschulen hervorgegangen. Ich kann den Widerstand vieler Menschen gegen das Konzept des christlichen Gottes verstehen. Aber das ist nicht das, was ich vermitteln will. Sondern ich versuche vielmehr, alte Denkweisen in die heutige Zeit zu bringen, die praktisch genutzt werden können, um die moderne Weltraumkosmologie zu entlarven, die als Werkzeug zur Unterdrückung der Macht, die wir in unserem Bewusstsein haben, genutzt wird. Nicht nur die praktischen Aspekte des Okkulten sind ein Beweis für die Entlarvung des Globus, sondern es gibt viele Anzeichen für Zweck und intelligentes Design überall um uns herum. Man muss nur die Augen haben, um es zu sehen. Wir haben Sonnenfinsternis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies in unserem modernen Sonnensystem perfekt geschieht? Wir haben Pflanzen, die anscheinend für uns bestimmt sind, da sie medizinische und spirituelle Anwendungen haben, als ob sie Chemikalien speziell für uns herstellen würden. Verstehen Sie etwa unsere Biologie? Wenn ja, was sind die Implikationen eines solch fortschrittlichen Designs in einem so zufällig geschaffenen Universum? Die heilige Geometrie ist ein Abbild der Natur dieses Reiches. Viele sehen die gleichen Visionen in veränderten Bewusstseinszuständen, aber wir können diese Muster in der gesamten Natur finden. In der modernen Wissenschaft lehrt das Bildungssystem, dass das Bewusstsein tatsächlich physisch ist. Aber das ist nur ein neuer Glaube aufgrund der Teilchentheorie. Davor gab es die Theorie des Ethers oder der universellen Quelle von allem. Niels Bohr schrieb das, Zitat, Mit anderen Worten, Kein Atom- oder subatomares Teilchen hat eine isolierte, separate Existenz. Kein materielles Teilchen hat unabhängige Eigenschaften oder einen eigenen Ort, der sich von anderen unterscheidet. Auf atomarer und subatomarer Ebene ist kein Ding von jedem anderen Ding getrennt. Es gibt nur ein Feld pulsierender Energie, aus dem das gesamte physikalische Universum besteht. Man hat es den Eter, das Feld, das Quantenfeld, das Nullpunktfeld und viele andere Namen genannt, die sich alle auf diese wesentliche energetische Einheit beziehen. Der britische Astrophysiker Sir Arthur Eddington sagte, dass Physik das Studium der Struktur des Bewusstseins ist. Der Stoff der Welt ist der Stoff des Geistes. Wir werden nun die Kosmologie des Etwas oder des Geistes oder des ewigen Bewusstseins, Eter, erklären. Diese Kategorien gehören zur Kosmologie des Etwas. Die antiken Mysterienschulen, Gnosticismus, Hermetismus, Kabbalah, Religion. Es gibt auch New Age Konzepte, aber diese vermischen sich meist mit Konzepten aus der Kosmologie des Materialismus, des Nichts. Viele Mysterienschulen wurden in der Vergangenheit mit dem Ziel gegründet, den Gott im Menschen zu entwickeln. All diese Mysterienschulen gehörten zur Kosmologie von Etwas oder Geist, in der es eine Hierarchie von Ebenen gibt, an deren Spitze Gott steht. Zu verschiedenen Zeiten wurden von diesen Schulen Techniken wie Sinnesentzug, Atemübungen, heiliger Tanz, Schauspiel, halluzinogene Drogen und verschiedene Arten der Umlenkung sexueller Energien angewendet. Diese Techniken sollten veränderte Bewusstseinszustände herbeiführen, in deren Verlauf die Eingeweihten die Welt auf eine neue Weise sehen konnten. Die antiken Droiden, die Griechen mit den eleusianischen Mysterien und dem Orakel von Delphi, Pythagoras und viele andere Kulte wie der Zoroastrismus haben eine Reihe von Ritualen und Praktiken entwickelt, um den Eingeweihten die Realität dieser Kosmologie deutlich vor Augen zu führen. Sie wurden in Kammern zur Selbstisolierung gesteckt und aufgefordert, sich ihrer größten Angst zu stellen. All das, um den Eingeweihten zu beweisen, dass dieses Reich nur ein Produkt des Geistes ist. Der Neophyt erlebte Astralprojektionen und es wurden ihm sogar Rituale gezeigt, die Auswirkungen auf die reale Welt haben sollen. Dieses Wissen ist ebenfalls sehr alt und könnte durchaus aus Atlantis stammen, da Toes in den Smaragdtafeln als Atlanter bezeichnet wird. Daher stammt dieses Wissen aus einem vergangenen Zeitalter und existiert schon seit Ewigkeiten. Wie sonst könnte eine so perfekte Kunst der Astrologie und Magie zufällig entstehen? Diese Mysterienschulen versuchten, dieses Wissen zu bewahren. Das sind die Menschen, die sich bemühten, das Wissen des letzten Zeitalters zu retten. Sie wussten, dass die politischen Spannungen zunahmen und begannen, versteckte Schulen zu gründen, um okkulte Schüler auszubilden. Die Droiden sind einer der ältesten Sekten und Bewahrer des alten Wissens. Den Droiden wurde ein tiefes Verständnis der Natur nachgesagt. Es heißt, dass sie Geografie, Physik, Astrologie und Theologie studiert haben. Ihr medizinisches Wissen war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich. Und es ist sogar bekannt, dass sie chirurgische Eingriffe vornahmen. Viele der Riten, die wir in vielen anderen Kulturen und Religionen finden, sind von dieser alten Tradition der Mysterienschulen abgeleitet. Der Gnosticismus ist ein weiteres Konzept, das meiner Meinung nach von modernen Kosmologien in vielerlei Hinsicht leicht verändert und beeinflusst, ja sogar falsch übersetzt wurde. Ich bin jedoch der Meinung, dass dieses Konzept des Wissens, durch das Navigieren durch verschiedene Bewusstseinsebenen und die Erfahrung von Wissen von Angesicht zu Angesicht, Weisheit zu schaffen, Wahrheit enthält. Jesus war angeblich ein Essener. Die Essener waren Meister des mystischen Geisteszustandes und konnten sich mit den Engeln in andere Bereiche der Existenz astral projizieren. Alle Weltreligionen haben ihren Ursprung in dem, was wir Heidentum nennen, oder göttliche Zuschreibung durch Analogie, was Magie ist, das Symbol, das Objekt und das Subjekt. Die Kabbalah und der Baum des Lebens sind ein Diagramm Gottes und seiner Eigenschaften. Er ist in verschiedene Sephirots oder Existenzebenen oder metaphysische Realitäten unterteilt. Aber es handelt sich vielmehr um Bewusstseinszustände. Es sind Qualitäten, aber man kann tatsächlich dorthin gehen und sie mit seinem eigenen Bewusstsein erfahren. Das ist es, worauf ich mich bei den Essenern bezog, die ein ähnliches System praktizierten. Die Kabbalah ist im Grunde eine Wegbeschreibung für den Verstand, von der es heißt, sie sei von den Engeln geschaffen worden. In Wirklichkeit wurde sie einfach von alten, okkulten Orden weitergegeben und landete dann in den Händen der Juden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass all diese Ideologien zur Realität der spirituellen Bewusstseinsebenen gehören. Dass der Mensch ein Geist und ein Körper ist. Und dass ein Körper nicht das ist, was wir einen physischen Körper nennen. Das sollte ich wohl erklären. Im Okkulten ist ein Körper also nicht nur ein physikalischer Körper, wie Haut und Knochen, sondern er ist einfach ein Vehikel für das Bewusstsein. Das heißt, du kannst dein Bewusstsein auf andere Körper übertragen oder viele Körper gleichzeitig kontrollieren. Mehr dazu erfährst du in unserer Serie Astralebene erklärt. Jede Ebene hat einen entsprechenden Körper und diese Ebenen sind Teil eines Systems. Dabei ist die oberste Ebene der darunterliegenden Ebene überlegen. Die oberste Ebene ist die Gottheit, auch bekannt als die unendliche Quelle. Diese Energie fließt dann durch jede entsprechende Bewusstseinsebene hinunter und beeinflusst und erschafft die darunterliegenden Bereiche. Zur Vereinfachung Die Gottesebene speist Energie in die Mentalebene ein, die dann die Astralebene beeinflusst und erschafft, die dann die Ätherebene beeinflusst und erschafft, die dann die physikalische Ebene beeinflusst und erschafft. Dies ist nicht nur eine Theorie, sondern kann durch okkulte Fähigkeiten praktisch angewandt werden. Was sind okkulte Fähigkeiten? Sinne, Fähigkeiten und Talente, die durch den täglichen Gebrauch und die Praxis erlangt werden müssen und die es dem Praktizierenden ermöglicht, diese anderen Ebenen der Existenz zu erfahren. Das Denken muss entwickelt werden. Überlege, was ein Gedanke ist. Was ist Vorstellungskraft? Wir haben Namen für diese Fähigkeiten, aber wir haben ihr volles Potenzial vergessen. Diese Fähigkeiten, die wir Denken und Vorstellungskraft nennen, können zu völlig neuen Phänomenen wie Astralprojektion, Telepathie und Magie entwickelt werden, die es dem Anwender ermöglichen, alleine durch Gedanken Veränderungen in der materiellen Welt vorzunehmen. Das kann man erleben und ausprobieren und dann seine eigenen Schlüsse ziehen. Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Ergebnis dieser Praktiken ziehen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seit kurzem haben wir auch einen Telegram-Kanal, dessen Link ihr in der Beschreibung findet. Wir würden uns freuen, wenn einige von euch mal vorbeischauen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Möge unser Verstand entschleiert werden. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage, verstehe ich wirklich, was diese Realität ist? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.